Mana? Mann Mana Pool im Mana Pool machen? Eigentlich ja. Ne, das geht genauso wenig. Du musst immer einen Minecraft dazwischen haben. Ha. Wuh. Hatsinn du's. Mann, er steht da jetzt auch. Naja. Ist egal. Sagt er so einfach, ist ihm egal. Ja. Ja, mit dem Minecrafts kann man das auch gut machen eigentlich. Geh weg Skelett, ich will mit dir nicht kuscheln. Dann baut man halt sich so ein Mana-Lager, also... Mana Pool-Lager, wo man was transportieren muss. Dann muss man das halt so rumschicken. Ne? Kannst ja auch so ne... Brauchst du draußen ne Produktion hin und machst unten im Keller sowas hin. Und lässt es das Minecraft so alle drei Minuten einmal durchfahren. Ja. Das kann man ja easy machen. Ich will ja kein Marble. Ja, aber das dauert bis die voll sind. Das ist das so. Ja, deswegen alle drei Minuten. Machst du dann immer so. Dass es Minecraft auf einer Schräge steht. Und lässt alle drei Minuten diese... ...die Boost-Wale aktivieren und dann ist jetzt... Ich hab' einfach mal einen Monster despawned. Da ist wieder Tag. Ja, dann findest du den Zombie jetzt hier. Ja, ne? Und das Skelett, was mich die ganze Zeit hier... ...beobachtet. Das ist auch dann voller. Das ist voller. Das ist voller. Kann ich jetzt besoffen? Nee. Doch. Nope. Ich sag dann doch, dann doch. Toh, jetzt hab ich wegen dir Gehirner. Ender Punch, wo bist du? Ach, jetzt hab ich die Mana-Things weggeworfen. Äh, Mana-Pumpe weggeworfen, aber naja egal. War nicht teuer. Ne, sah auch nicht so teuer aus. War ja nur... ...ein 1x2 Mana-Things in Gatesland. Ja, nur. Ja. Hab ich ja. Ich hab jetzt 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt die 5. Ebene. Naja, mal gucken wie ich das alles noch mach. Machst du schon. Ich glaub an dich. Seit wann? Gar nicht. Ja? Ja. Kirby. Kirby, Kirby. Du bist behindert. Nö. Nein, ich hab... Oh, Endsaft. Endsaft hat Block vergessen. Endsaft, du bist behindert. Du bist behindert. Ach man, jetzt komm ich hier nicht raus. Aha. Denk mal, wie doch mein Stab darf. Nicht in deiner Hose. Hahaha. Okay, aber schlecht. Fuck. Mann, ich komm hier nicht raus. Aha. Ah, gleich aber. Das Wasser geht grad weg. Ich bin mir aus dem reingefallen. Schade, jetzt noch sterben. Die Sprint-Taste anstatt die... Sneak-Taste gedrückt. Ja, ja, ja. Das haben wir alle. Ne, warum... Ich hab ein Jetpack. Aus dem Falsch drücken, mein ich. Ja, das sowieso. Jetzt hab ich mal, wenn ich der Jetpack an- und ausmachen will. Statt Hover-Mode. Ja, ja. Lava-Mode anmachen, was mach ich? Jetpack einfach komplett aus. Ja, na gut, wollen wir mal so langsam zum Ende kommen? Ah, fünf Minuten noch. Fünf Minuten noch. Dann hab ich zwei Stunden. Ja. Nachher nur mal zwei Stunden voll. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen noch den Tower hier ein bisschen kümmern. Ja. Lass die ganzen Bärenbüsche hier gleich reinkommen. Lass mich dann ausgehen voll, dann kann ich ja schon mal in Ruhe verkabeln. Ich hab die drei Stunden schon voll. Ja. Ne, die vier Stunden meine ich. Ja, aber so hab kann ich... Müsstest du aber auch haben. Ja, aber jetzt hab ich so ne... Fuck. So ne ungerade Folge dann. Weißt du... Ja und? Heul doch. Für dich ist das ja... Kein Problem. Aber da meine Folgen ja immer so zehn Minuten nur sind. Hm. Meine 20. Dann musst du doch gleich übertreiben. Ja und? Adolf Hitler. Du bist behindert. Negativ. Positiv. Behindativ. Behindativ. Wie ich hab jetzt kein Cobblestone mehr. Toll. Naja. Problem ist, ein Dankvergoes, aber... Wenn ich alle... Ich verbrauch ja weniger Mana, wenn ich das Set voll hab. Ja, dann zieh sie doch nicht an. 20% Ne, 10% jeweils weniger. Das hast du ja nur für mich gemacht. Du wolltest ja auch welche einfach noch. Ja. Und... Dafür umzugehen. Kinderweh rum. Mitten in der Aufnahme. Frechheit. Fairer Firma. Ach ja, das ist der... Der Starb. Starb. Kann ich ja von oben machen besser. 1, 2, 3. Jetzt fall ich eh wieder runter. Ha, 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 ha. Jiii. Adolf. Hitler. Jaaaa. Jaaaa. Nix mehr... An Essen verbraucht. Komisch. Backen. Immer Kacken. Äh. Äh. Da ist das Loch. Da ist ein Loch. Da ist kein Loch. Äh. Was bringt die Mana Bottle? Kannst du mir das mal verraten? Eine Bottle. Mit Mana. Ja. Na, was soll die bringen? Keine Ahnung. Ah ja, vielleicht bist du behindert. Naja. Doch. Ja. So. Jetzt kommt noch der Deckel drauf auf den Tower erstmal. Oh nein, ich will nicht schon wieder runter fliegen. Ach, weißt du. So richtig hart auf die Fresse. Ne, da bin ich vorher auch schon hart auf die Fresse geflogen. Ach, nochmal. Ne, ne. Doch, doch. So, machen wir hier schon eine schöne Wand rein. Na, war klar. Fick dich, Block. Da kannst du saufen. Da hast du Speed drauf. Ach du. Was hast du gemacht? Sink. Du kannst das Zeug saufen. Loll. Ach, das hat Random Effects. Ja, gut. Jetzt ist unter mir Wasser gespawnt. Hätte ich dann auch mal gemacht, ne. Und jetzt habe ich alle Sachen aus dem Inventar geworfen. Was? Oh, du bist behindert. Da hast du ja. Nein, das ist... Ja, 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 ja. Ja, das war die Botte. Gibt's er auch mal? Nein, vielleicht schmeißt ich mir das alles auch raus. Ich habe gerade so schön mein Inventar sortiert. Bottele hat drei Aufladungen. Ist hier da unten dein Name? Du kannst nicht fliegen, ne? Ne, gerade nicht. Ne, gib mir mal so einen Drogenpunsch. Ich mach aber erstmal Magnet aus, wenn dir das auch was zu ihm passiert. Ja, mein Pixie, guck mal, da war eine Fee. Toll, was war das gerade? Was? Keine Ahnung, was passiert ist. Das ist zu... Hallo. Boom. Das ist zu geil. Aua. Ey, jetzt ist hier Wasser gespawnt. Oh. Ich bin instant gestorben. Ja gut, hab ich gesagt. Your home was missing. Wo ist mein Home missing? Der Ding hat mein Bett abgerissen. Guck mich mal an. Ne, ich seh... Ne, du hast... Ich schimp mal, dass du meinen Kopf drauf hast, aber ich seh das nicht. Ah, schade. Hier. Hinterkopf. Und hier hab ich aus dem Wasser gepackt. Guck mal hier. Guck mal hier. Siehst du, so sieht das noch aus. Hm. Bisschen dumm, ne? What? Guck mal meine... Siehst du meine Leben? Ja. Ja. Ich muss mich boxen. Nightwishen hab ich jetzt noch dazu bekommen. Regeneration hab ich... ne Absorption hab ich. Oh. Und letztes Mal. Achso, wir wollten aufhören. Ich wollte grad zur Seite beschutzt. Hm. Wir wollten aufhören, ich weiß. Aufhören. Das können wir jetzt auch an dieser Stelle machen. Ich bin grad im Tower. Ich kann noch hochkommen. Ja. Dann kann ich mich den Tower nachher verkabeln in Ruhe. Ja. Na gut, Leute. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei das Bekanntenprojekt The Next Generation mit dem Flash. Mit Zendustin. Keine Ahnung. Pixie-Säufer. So, am nächsten Mal kann mir ein Bär stehen. Dann wird bei mir wahrscheinlich das Haus stehen. Und vielleicht noch mehr vom Haus da vorne. Ja. Und? Das geiles Haus. Geiles Haus, ja. Ja, auf jeden Fall. Voll abgehackt. Ja. Na gut, natürlich. Ciao, ciao. Tschüss.